Und herzlich willkommen zurück zu einer heutigen Folge Gemeinschaft MegaCraft. Hallo! Ja. Hallo! Ich muss mal eben, achte ich breche mal eben in mein eigenes Haus ein. Mach bitte hier noch keine Decke hin. Ich wollte mich die Turtle hier... Tunnel 25. Entern. So, guck mal, die nächsten sind nämlich gleich schon fertig. Ist das nicht ne coole Kombi? Jo. Und hier, wenn du so Löcher siehst, bitte auch immer füllen. So, dass er nix spawnen kann. So, und ich kann ja schon mal die nächsten zwei Löcher machen, weil gleich die nächsten zwei Turtles fertig sind. Oder? Ja. So, dann bauen die das ab und die das genau. Da hinten ist noch was vom Zaubern, glaube ich. Das ist ein Schatz. Nein, nein. Ach doch! Danke, dass du es gesagt hast, hier hätte ich jetzt fast übersehen. Das ist sogar recht, dass ein Erdhaft Schatz. Ich bin der Redner in der Mord. So, warte. Ich muss mal eben hier ein bisschen noch... Willst du noch nichts zu machen? Dir ist da was runtergefallen. Was denn? Kruppe oder so. Ist doch egal. Ah, Wasser! Jo, das mache ich eben zu. Die ist jetzt eh angekommen. Weiter bauen die eh nicht, weil das müssen wir ab hier selbstständig machen. Ich wollte es hier schon mal so weiter. So, nächste Turtles fertig. Fertig. Und ich bin bald voll. Ganz geil. Und ich habe noch zehn Marble Bricks. Ja. Okay. Boah, Alter. Ich hasse manchmal auch Turtles. Ja. Die bohrt mich genau den Block unter mir dann ab, meistens. So, Turtles 25. Aber ist das nicht cool, dass sie so gleichzeitig laufen? Das ist nütz. Oh, scheiße, schon wieder öffnet uns. Also, wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Marble. Ähm, dann soll ich das mal eben wer mit dem Portal machen? Ja, das wäre nütz. Ü, Waypoints, Marble. Ich habe sogar ein Portal, das heißt Obsidia. Obsidia. Ja, weil, was aus Obsidian ist so. Oh, warte, Ziportu. Ich kann gleich das Portal unten setzen. Ich muss mir nur blau merken. So. Portal ist da. So, mal eben gucken. Kann ich schön durchstehen? Oh. Man packt da irgendwie immer in den Boden. Ich setze gerade mal ein Block. Du kannst unter dir am besten abbauen dann meistens. So, ich helfe ihm gut. Alter. Was ist passiert? Was ist gestorben? Ich bin in die Schlucht runtergeflogen, aber ich hatte noch halbes Leben voll. Habe ich gesehen. Soll ich sagen, warum? Sonst wärst du ja jetzt schon weg gewesen vom Fenster und das hättest du mal im Chat gesehen. Tunnel 25. Komm, hat er eigentlich auch ins Gefängnis wahrscheinlich nicht, oder? Nö. Boah, Alter. Junge. Was ist? Ich bin schon wieder fast gestorben. Und wir haben hier, und haben was ernsthaft ein großes Marblevorkommen anscheinend. Also ich bin fast in Lava geflogen. Oh ja. Muss ich nicht zu mir zippeln? Ja, das sei nett. Ähm, kriegt mir irgendeine Bestrafung, wenn man es gibt oder so. Nö, wir sind nicht bei Hexen. Danke. So, lauf mal eben hier hoch. Ich muss hier nämlich, diesen Gang muss ich einmal selber bauen. Ähm, ich mach grad, ich fahm grad mal Marble. So, ich hab auch ein bisschen Marble. Ach, und ich hab auch noch ein paar Marble Bricks anscheinend. Na, Alter. Ich fall die ganze Zeit diese Schluchthunde, kannst du mich nochmal tp'n. Danke. So, ich mal jetzt reingehen? Ja, ich komm mit. Ich fall nicht rein. Ja, toll, aber ich lauf auch die ganze Zeit rückwärts, ohne zu sneaken. Kann's lauf, kann's rein. Danke. Ah, kack. So, ich, wo sind die Turtles? Oh, die Turtles haben. Was ist mit den Turtles los? Sind der Mann am Hintern? Nö, die haben alle aufgehört zu graben. Strom, also Energie leer? Nö. Ja, gut, also sind die voll? Nö. Oder doch, das könnte sein, weil, oder? Oh, ich hab's Portal abgebaut, sag ich jetzt mal. Hä? Wo ist die andere? Die eine Turtles hat die andere grad abgebaut. War die komplett falsch laufen, warte. Ich musste mich jetzt erstmal eben entleeren. Ich bin komplett voll. Und die andere fährt grad, glaub ich, in die falsche Richtung, könnte das sein? Alter, was geht bei den Turtles ab? Oh, die, die geht falsch. Scheiße, schnell abbauen. Und sonst hätt ich mich auch einen Regelverstoß begangen. Ja, warum? Ach so, andere Grundstücker graben, oder was? Ne, das ist es nicht, aber ich hätte in der Stadt, also neben der Stadt abgebaut, das war auch eine Regel. Ähm, dann, 15. Ach so, bekomme ich vielleicht schon ein bisschen Holz. Kannst dir alles aus meinem E-Hoolen, Hauptsache, nicht dieses Great Wood. Weil das ist nämlich Zauberholz, das magische Holz. Und ich gucke mal, wie lange wir noch haben. Ähm, neun Minuten, fünf. Ja, wir können auch noch, wohl, ZK5 zu machen, soll mir egal sein. Nee, aber da muss ich nämlich auch wirklich so langsam ausmachen. Ja. Weil ich muss um morgen wieder zur Schule. Auch eisen. Jo. Ich hab' eisen gefunden. Ich glaub' die Folge nennen wir, was machen die Turtles machen, was zu wollen. Ja. Weil wirklich die eine hat in die Falschrichtung, also alle haben wirklich in die Falschrichtung irgendwie gegraben. Okay, das ist... Und sie sind alle, trotz dass sie nicht voll waren, ich glaub' wir weg waren beide. Hm. Ich glaub' das ist nicht mehr mit dem Spawn. Ich hab' hier, ähm, wie heißt das? Quarz? Ja, Quarzkristall und Quarztast. Jo, das ist alles mitbringen, das braucht man nämlich für's M-E-System. Oh, das ist nice. Aber der ist auch echt gut mit dem M-E-System. Ich hab' den Quarri jetzt mal ein bisschen, der Quarri, der Turtle mal ein bisschen geholfen. Ja, rett deinen Ruck. So, ähm, du kannst gleich, äh, den Boden dann zu Ende machen. Äh, der selber läuft ja noch bis 20 Uhr. Würdest du den Boden dann noch zu Ende machen, alleine und dann auch ausgehen? Wenn ich kann. Ähm, aber warte mal, kannst du noch mal ein paar Teile setzen, weil bei mir ging's ja aus der See kaputt. Ich kann ja auch einfach tippeln. Ja, stimmt. So, hier viel Spaß beim Boden machen. Ja, äh. So. So, ich mach' hier nochmal eben eine Turtle hin dann. Du hast... bist du noch da? Ja. Du bist grad voll leise, deswegen frag' ich. ...und Kohle. Hä, wie war das nochmal mit dem, ähm... ...dass wir das dann gleich machen? Alter. Einfach Shift drücken. Ganz aus nicht aus der normalen Version? Ja, doch, aber das dann alles so, ähm, auch was man im Inventar hat. Äh, das muss erst umreintun. Äh. Ey, ey, ey. Das war die Turtle. Alter. Das war die Turtle Gras. Blöde Turtle, Alter. Ja, ich mach' grad mit der um die Wette. Der schnell, der greift oder was. So circa. Was, da muss ich mal eben wegmachen? Ja, das wär' nicht schlecht, weil sonst kann ich schon graben. Also bauen. Ich muss mal eben schneller sein, als Türkel. Hm. Besser? Ja. Die Turtle arbeitet noch gut. Guck mal, wer ist schneller als die Turtle? Aber die Turtle muss auch dreimal drei abbauen. Ja, ja, Dennis. Wow, und wenn dein Spitz hat gekappt ist? Die hält noch. Also mal ist gleich am Arsch. Aber ich kann mir einer machen, nee, ich kann mir nicht so. Und du kannst gleich mal den ganzen Boden machen. Ja. Ja, immer muss ich alles machen. Aber wie findest du, dass das zwischendurch gesagt wird, wer, also wie spätestens und wer online ist? Ja, das ist... Das hab' ich nämlich im Server eingestellt, das Auto-Message. Und der startet automatisch selbst, also da kann ich auch nix großartig gegen sagen. Der startet auch automatisch um 10 Uhr und fährt automatisch um... Also 10 Uhr morgens. Ja, und stoppt das um 20 Uhr. Und, äh, alle zwei Stunden, wenn keiner drauf ist, startet, der einmal neu. So, ich hab' die Turtle sogar noch eingeholzt, so. Brauchen wir Copper? Ja, könnten wir Nico geben. Ähm, kannst du mir vielleicht müssen Marble Bricks geben, dann kann ich dir müssen helfen. Meine Spitze Kanzelmarsch. Du, immer ein paar Marble Bricks. Du sagen, wir sind zwei Stacks, reicht. So, reicht. Ja, hab' ich nicht. Ich mach' grad' Maus eisen in der Ofen, okay. Nicht in den Ofen, ähm, in den Meshwetter erst. Äh, wo ist der? Das ist das Ding, was da oben hängt. Bei Gasversorgungkabeln. Ja, kannst du gleich vielleicht noch müssen Marble suchen gehen? Ja. Und, äh, warum Eisen, wir haben auch Rabbis. Also, ich kann auch noch eine Spitzsacke wohl machen. Ach so, ja, und mach' mir bitte auch mal ne Axt. Jo, ich muss mal eben. Ähm, so, also Axt, genau, die hab' ich dir ja gemobbt. Wir haben noch 14 Dias. Nice. So, wollen wir vielleicht auch mal anfangen, ein bisschen Rüstung zu machen? Können wir nachher machen. Hier, komm mal her. Da. Oh, das kostet ja so nix. Ähm, könntest du da noch vielleicht ein bisschen Marble suchen gehen? Ja, aber erstmal hol' ich mal ein bisschen Rüstung, weil... Ach stimmt, ich muss mal eben das Portal dafür umsetzen anscheinend. Stimmt, ja. Waypoints. Marbelle. Kannst durchs Portal gehen, oder? Noch nicht, warte. Ich muss mal eben erst, damit du nicht mehr in der Wand festbacken wirst. So, erst wenn ich rausgesprungen komme. So, kannst durch. Ach so, nee, ich wollte Holz fahren. Ey, ich hab' Holz hab' ich doch noch. Ach so, stimmt. Hol' lieber Marble, weil dann kannst du den Boden noch mitmachen ein bisschen. Kannst du mal eben hochgehen? Ja, ich mach' mir, ich hol' mir grad mal einen Stack. Ich hab' schon ein bisschen Marble. Ey, ich... Oh, mein... Man back da irgendwie eh mal in den Boden. Ich nicht. Ja, leute ich jetzt noch genau ein Stack. Und der Boden wird damit, glaub' ich, nicht fertig. Und so auf Folge ist auch schon klar schon. Ja, ich würd' sagen, ich kann nämlich noch so circa acht Minuten machen die halt müssen länger. Ja, mach' ja nix. Ja, mach' ja nix. Ja, mach' ja nix. Ja, mach' ja nix. Ich muss... Wir müssen so circa sie Minuten einfach aufhören. Und ich hab' jetzt wirklich... Vohlen hat's Arschgelenken jetzt hab' ich immer durchgehend 30 FPS. Find' ich irgendwie witzig. Wie viel FPS hab' ich? Ich... Äh... Soll ich... Die Masse ein zwanzig. Ich hab' so zwanzig. Also, immer wenn ich hier reinspringen, sammle ich irgendwas ein. Ist das nicht geil oder das ist geil? Geil auch. Alter, wie viel Mabel haben wir hier schon abgefarmt? Oh ja, viel. Guck mal, wo ich bin. Ja, ich hab's gesehen, dass ich nicht komme ja auch. Weil ich muss ja nicht mehr wissen, dass ich besser... Ich mach' auch mal ein paar Fackeln. So. Gut. Achtung! Ey! Sorry. Ich wusste nicht, dass du da stehst. Um Fahrzeug zu Fackeln brauchst, kannst du mich hier einfach fragen. Ich hab' da nur 61. Ich hab's nur 31. Ich glaub' im ME-System hab' ich auch noch genug. Ja, da... ...was hier vorhin gesagt. Also, Mabel, hab' ich schon genug. Und ich komm' immer noch nicht... äh... äh... genau, Tinkers Construct! Ich glaub' ich hab' vor fünf oder sechs Folgen gefragt, ähm, also... ...hat' wie ich mir den Mod gewünscht, und ich kam nicht auf'n Namen. Und jetzt weiß ich ihn wieder, der hieß Tinkers Construct. Was ist denn da nochmal? Ja. Das, wo du diese große Axt machen kannst, die so viel abbaut. Hm. So, ich tu' hier schon mal aus dem, was ich noch hab' mal eben. Mabel Bricks machen und den Boden schon mal ein bisschen weiter machen. Den Rest machst du hier einfach nachher. Ja. Toll, nimmt er das Falsche. Trotzdem erstmal ne Spitzhaken. Aber jetzt kommt man, glaub' ich, auch besser zu M.E. System schon mal... Man würde ich nämlich sagen, mach' jetzt nächstes ne Treppe nach oben. Ja, das wär' nice. Genau, ich hab' die Worte grad' aus Emeralds schon das machen, genau. Gibt's ja eigentlich auch Emerald-Rüstung. Glaub' nicht. Und jetzt hab' ich mir ne Schaufel gemacht. Und ich hab' noch zwei Stück. Und was wolltest du machen? Ne Axt. Also ne... Toll. Mein Bildschirm lässt sich nie entsperren. Ich würd grad' am liebsten drauf hauen. Halt's Maul. Oder? Beste Antwort. Halt die Flüsse. Also, ich hab' jetzt... ähm... bald drei Stacks. Und ich schwitze aus allen Löchern. Schau. Ich mach' jetzt auch erstmal das Rollo hinter mir... Du musst nicht fahren. Äh, ich hab' Kopper. Ja, einfach mitbringen. Einfach mit meinem System. So, und ähm... Du musst gleich aber nur den Rest des Bodens noch machen. Und du kannst das am besten mit den Wänden auszumachen, wie ich vorhin gemacht hab', oder? Mhm. So, äh, Holz kann ich ja schmal dir gleich geben einfach. Gut, und wenn du damit fertig bist, gehst du offline und kannst mir am besten ne E-Mail schreiben. Mhm. Okay. Äh, E-Mail-Adresse oder... ja, E-Mail-Adresse kann ich dir ja jetzt mal eben schnell schreiben. Und... So, wieder in Minecraft rein. Achtung, das Portal mal eben umsetzen. Ach, so. Ich helfe dir mich schon mal ein bisschen. Also, so einen Zirkapfen finden, muss ich ausmachen. Nur, äh, hier, wo dieser, äh, Transformers, bitte nichts machen. Außer Wand, weil, ähm... ja, der ist mir ein bisschen wichtig. Der ist mir heilig. Ja. Würde ich mal so behaupten, so schon. Ja, das sollte reichen, dann kannst du hinkommen. So, also, wo soll ich jetzt da hinten den Boden und dann hier die Wände, die ich gerade aushebe. Ja. Also, hier jetzt überall den Boden und... Genau da, wo noch nicht ist, meine ich jetzt aber auch. Das ist, glaube ich, auch logisch für dich. Ja. Genau. Und man merkt, man fest, dass es bis auf, ich glaube, 20, 30 Gigabyte voll. Denn es fängt wieder leicht an zu legen. Ich bin froh, dass bei mir flüssig läuft. Du hast auch noch genug Speicherfrei. Ich habe aber schon den kompletten Festplatten voll. Boah, als ich noch meinen alten PC hatte, will es nicht wissen, wie es da gelebt hat. Das Problem kann nicht. Ganz ehrlich, ich hätte den aus dem Fenster werfen können. Das Problem kenne ich so manchmal. Oder bei dem PC, auch wenn Windows startet. Zwei Tage später. Also, so kommt einem das natürlich nur vorzunehmen. Seit Windows 10, das ist nicht mehr so schlimm. Freut von mir, der hat ein Notebook. Ja. Ja. Ja, dieser X-Technik, also der, der hier von in das Cap-Confiver, der will sich eins holen. Notebook. Der hat gar kein PC. Oh. Der ist aber auch nicht Typ Zocker, der macht's am Handy. Der macht's am Handy. Also guck mal, wie sieht der Boden aus? Gut. Weil dann würde ich sagen, mach ich hier unten das mit dem Feuer und mit dem Zaubern. Weil oben soll nämlich Holz hin. Oh, leckt das Jahrhunderts. Okay, das ist schlecht. So, ich guck mal. So, also würde ich sagen, machen wir hier auch so langsam den Cut. So, ähm, ich mach hier nochmal eben das Holz, soweit es geht. Ja, und meine Aufnahme läuft dann noch ein bisschen weiter, bis ich kein Mabel habe, oder? Ja, du kannst ja ein Cut machen und dann einfach weiterfahren gleich. Und dann noch so lang machen, bis du hier fertig bist. Damit, wenn ich das nächste Mal online kommen am Wochenende, dass hier schon mal alles fertig ist. Ja, weil ich weiß halt nicht, ob ich da halt noch Zeit hab wollte. Ich halte jetzt schon sehr lange am PC. Ihr kanntet, sind ja bestimmt nur 10,20 Minuten noch. Ich bin zwar schön, ihr hört schon länger dran. Ich brauche aber noch mal die Uhrzeit, die kommt nicht immer um 10 nach, so. Gut, ja, dann würde ich sagen, sehen uns bei mir. In der nächsten Folge bis zum nächsten Mal und ciao. Ja.